Angeführt von Gesamtweltcup-Siegerin und Gold mit Favoritin Tadea Alt haben sich die deutschen Kunstturnerinnen bei der Weltmeisterschaft in Montreal insgesamt fünf Startplätze für die Finaldurchgänge gesichert. Alt qualifizierte sich als Zwölfte wie Elisabeth Seitz für die Mehrkampfentscheidung, und steht zudem als Vorkampfbeste im Finale am Schwedebalken. Dort wird die 17-Jährige auf Pauline Schäfer treffen, Seitz wird außerdem in den Medaillenkampf am Stufenbaren einsteigen. Es war ein toller Durchgang, sagte Bundestrainerin Ola Koch. Selbst wenn es für die Vierte im Bunde, die Stuttgarterin Kim Bui, nicht für einen Finalplatz am Barren gereicht hatte, haben alle Turnerinnen ihre Nominierung voll gerechtfertigt. Alt kränte ihren Vorkampf am Stufenbaren, bei dem sie den Holm einmal verfehlte und absteigen musste, mit zwei komplett neuen Elementen, die ihr vom Internationalen Turnerbund anerkannt wurden. Diese Elemente könnten damit in Zukunft in den internationalen Wertungsvorschriften, dem Cote Epoentage, ihren Namen tragen. Alt gilt als kommender Star der deutschen Turner-Szene und potenziellen Nachfolgerin des zurückgetretenen Fabian Hambüchen. ZEIME 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 ZEIME